Jo. Haben die anderen das auch schon gemacht? Ne, wieso muss ich das machen? Warum muss ich das? Wenn du nicht aus Versehen Nitro verwendest, weil Nitro in diesem Rennen gibt es nicht und das lässt sich leider nicht deaktivieren. Ach so! Oh, das wusste ich ja nicht. Ach, man kann das irgendwie einstellen, dass es das nicht gibt. Moment. Ne, leider nicht. Achso, das wusste ich ja nicht. Deswegen sag ich's nochmal. Jetzt guckst du nachher vorne rum. Also ich hab nix dagegen. Aber nicht, weil du Nitro verwendest. Wenn du es sonst machst, hab ich auch nichts dagegen. War jetzt ein normales Rennen, ne? Okay, dann so. Classic ohne Nitro, ja. Ja, ja, genau. Ich hab die Symbole noch nicht so hundertprozentig im Kopf. Okay, dann wollen wir... Dann wollen wir mal letzter werden. Total eingerostet, wie der gar nicht mehr gespielt. Du Mädels fährst... Ich bin scheiße, ich esse das. Und ich kann nicht, glaub ich auch du. Wer ist mit Lenkrad? Du Mädels fährst mit Lenkrad? Wer fährt mit Lenkrad? Ja, du? Nee, ich. Mach ich... Im Gas Gas, das mach ich das nicht. Hier fahr ich das auf Tastatur. Okay, irgendeiner. Ich schaue tatsächlich in Simulationen und in Nice. Also... Tomaten-Salats-Computer-Lädt. Ist du gemein. Weißt du doch gar nicht, ob's einer ist. Ja. Geh ich mal von aus, dass... So... So, die Kachel sind schneller. Oh Gott, wie langsam ist denn das? Ach, das ist ja ein Nice-2 gleich sofort. Ein Mini-Coop-Port. Ne, ein Fiat 500 oder so ein komisches Ding ist das, ne? Keine Ahnung, was ist das? Dürfte es sein, ja. Irgendwie sowas ist das, ne? Ja. Hier ist ne Abkürzung. Ah ja? Okay. Nö. Ich fahr sie jetzt einfach mal. Ich hab nicht geübt, also... Keine Ahnung, ob es wirklich eine ist. Ich hab Update gemacht statt geübt. Ich muss nach dem Rennen mal nach meinem Sound gucken. Irgendwie hab ich keinen Spiel-Sound. Oder der ist so leise, dass ich den nicht höre. Aus dem E-Promete. Bestimmt letzteres. Ah, die Abkürzung hat nichts gebracht, Dennis. Diese anderen sind vor uns. Die waren wahrscheinlich dann schlechter sogar. Die waren nicht nur wahrscheinlich schlechter. Ja. Ja. Wenn ich erster bin, dann war sie schlechter. Ja. Nee, Pete ist gut, also sagt man jetzt nichts. Nein, das war jetzt auch so weit. Weil die Strecke kann ich noch gar nicht essen. Da hätte man aber tatsächlich abkürzen können, das wäre wahrscheinlich auch besser gewesen. Oh Gott. Dem Auto kannst ja nicht auf viele andere hoffen, das ist echt viel zu langsam. Weil eigentlich sieht die Abkürzung so aus, als ob sie gleich sein müsste. Das ist sowas bringt, aber das tut sie nicht. Wo bist du denn, Herr Liebster? Ja. Was sind die Landschaft genießen oder was? Ja, aber... Was war so ein Fehler, der ausgeschlossen ist? Könnte die Truppe nutzen, aber... Nein. Ich hab noch gar keins. Ich hab schon ein bisschen. Ich hab jetzt welches bekommen. Ja. Ich hab auch. Ich hab durch den Austritt auch ein bisschen was gekriegt. Wo ist die Abkürzung? Hier ist's, oder? Gibt's da was? Fährst du einfach an mir vorbei? Ach, ja. Volle Wurst. Immer die Abkürzung gibt's da. Ich weiß gar nicht, wo hier eine Abkürzung ist. Na rechts von dir. Guck auf die Garte. Hab ich nicht gesehen. Naja. Meine Karte. Ich hab halt einen Mega-Crash-Totten gebaut und... Hast du keine Mini-Map offen? Ja doch hab ich. Die ist unten links, das ist die Garte. Also. Die Abkürzung hat mich gut getötet. Die Abkürzung hat mich gut getötet. Das ist echt, weil... Hier musst du links fahren, Diebster. Du bist Falsche fahren. Man muss Prioritäten setzen. Oh Gott. Ich hab so einen Müll gebaut in der Abkürzung. Das war echt dämlich. Ich stehe diesmal mal nicht, sonst verkack ich es ja eh wieder. Ja das, das ist so tödlich, ne. Das wird wohl der vierte werden. Oh ich höre mein Spiel. Das ist so leise! die eine wäre gut gewesen wenn ich dann nicht mich nicht gegen den zaun gefahren wäre und gestanden hätte und dann auf glatteis versucht hat musste anzufahren probiere doch noch mal einfach rausgekommen ach man hat es mir aber auch passiert man darf hier echt nicht auf eis fahren was war das denn hier ist das kollision ist hier an was denn wer fährt mir rein jetzt habe ich dir müssen angst schon gegeben weil jonas ich wollte auch wieder links durch überziehst du da links und ich jetzt nicht verdammt weil wir immer zweiter zum auftakt aber leider wieder wohl nix weißt du ich musste mal was machst du denn alter was drust du haust mich hier raus irgendwie warst du voll nach rechts rüber gezogen bei mir war total komisch eben so läuft das ab hier so wirklich umgegangen mit den neulingen irgendwie war bei mir was anderes passiert als bei dir ich habe nicht gesehen was neben mir weil ich habe ja ja irgendwo also das lange habe ich gesehen du hast mich rechts rüber in den abgrund gedrückt da bin ich wo aus ob man so unruhig gefahren bin doch noch mal reingefahren in die kurve ach das wäre doch noch vierter er hat mir die motorhaube weggefahren ach man es rennt so gut das war ein bisschen komisch eben dass ich so ein bisschen das wie so eine die mit netcode im element situation war das irgendwie abkürzung wäre mehr drin gewesen auf jeden fall so kann wir an die tro wieder anmachen ja auf jeden fall ok das wieso das ist jetzt so mit dem haunt bermude oder wie auch immer das scheiß ding heißt und und da ist bei mir wenn es wenn der andere der dritte war dann ist das bei mir der letzte also in der gleichen reihe ja doch wirklich und da ist wirklich haben warum geht es in diesen modus überlebt zombies abschießen und du kannst doch bei waffen wählen ob du eine shotgun oder eine maschinengewehr als startwaffe haben ach so das ach lieber mehrere leute um pusten farbreinfolge ist auch gut rot orange gelb ja ne hat es schön gemacht ne aber hier ist es eigentlich äh aber dieses der unterwählte tanzen wieder aus der reihe ja gelb ist auch ein bisschen was anderes ja gut grün kommt ja im lichtspektrum nach äh gelb weil so gut ja jetzt habe ich aber eh keine ahnung hier wie es funktioniert schießen also immer schön die zombies abschießen dann rennst du dann rennst du dann rennst du dann rein in die tiefgarage wäre da lustig wenn sie überall feststecken also wenn diese mancubisse kommen oder diese mancubi da das äh die sind aber größer gewachsen deine mancubi ja aber die sehen so ähnlich aus deswegen lehne ich die so ich weiß ich nur meinen darf nicht toll dann mal es gibt es da in der mitte da wo die tanke ist da können wir uns heilen und da musst du musst doch zwischendurch auftanken auch das noch das was vorher dein nitro war unten rechts ist deine tankerzeiger ach da ist auch das noch ja bitte mit der änderung ist jetzt benzin unendlich ist er denn nutzt nitro ach so ok ja ihr habt den schenkstock nicht durchgelesen ich merke es ich hab den überflogen dafür haben wir dich doch zum zusammenfassen wo konnte ich schießen wo funktioniert mein schießen wir sehen immer was muss ich ja ich musste erstmal gegner suchen ich sehe können kein gegner und die durch im erdgeschoss habe ich gerade welche wieso sind die auch oben warum kann ich nicht schießen verdammt ich muss mal kurz in den option rein oh man bei mir bei mir bei mir ist x und bei mir ist x x und a bei mir die sind grau wenn sie im anderen ja hab ich auch kapiert das hab ich ja ja gut gehört die haben vorher noch nie geschossen ne aber die web ist geil es lag an meinem numlock das numlock aktiver also ist das spiel ist ein bisschen bescheuert nicht unterscheidet nicht ob du es an oder also es unterscheidet ob du es an oder aus hast gibt es ja du musst die zombies haben nicht mich ich sehe gar keine zombies jetzt ist doch die welt ist ja nächstes auf ich wollte munition haben er macht mir jede menge ich bin so viel bei mir da sind viele das ist gut oh ja das macht sich ja was an hier dort das werden auch jetzt wird noch viel schlimmer ich weiß gar nicht über die meppen helft sehen überleben wollen aber aber vielleicht bringen ja meine waffen das war was soll dann sind was so wenn das grau ist auf dem bisschen sind hier im anderen geschossen was soll die runde hunde hilfe hinter mir im habe ich ja irgendwie nicht so ganz äh alter böse ja auch schon relativ nervig aber die sind richtig wollen wir mal raketen hat und und die nicht trifft die viecher ach warum spiele ich denn da in ansicht das war ja völlig verkehrt das war nicht geplant was spielst du in ansicht er hatte ich eben aber war ja verkehrt bei arena war trotzdem in ansicht na gut auf der mappen auf der map mag es vielleicht sogar noch halbwegs gehen aber wenn du eine map mit büsch und alles mögliche hast dann wird es schwierig oder im deathmatch er kennt sogar ganz gut in den innen an sich zu gehen tatsächlich sogar boom ja noch ein vieh eben hier war doch eben einer oh diepstar ja 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 der führt hier ja momentaufnahme wie eben eben war ja auch zweiter bis zur letzten runde ich bin auch relativ weit oberweiter das hat nicht allzu viel aus zu sagen irgendwo ist eine waffe irgendwo ist eine waffe irgendwo eine pistole da wo ist sie nein nein ja diepstar glaub mir die waffe ja ach der ach der war der böse ich dachte das was du tue mir jetzt die 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 sekunde zuvor gekommen hunde sind denn hier gerade ja das sind schon wieder diese scheiß kotmache hier das kann es doch nicht sein kotmache oder piept hinter mir ja das sind ex dinger du solltest dich mal reparieren gehen an der tanke hier du bist nur noch halb voll und tomete du hast recht du bist rot ich weiß ich habe es gesehen aber ich lag auf dem boden und da konnte ich dann nicht mehr ne automüde oder ich will eine bessere waffe nicht so ein shot oh ein bulle in der tiefgarage oh antitankestellen diepstar jaja barrieren pete du wirst verfolgt und das ist mächtig ja ja ok also hier ist es deutlich schwieriger war mal ein bisschen was hast du was hast du eigentlich für eine waffe bekommt äh deepstar raketenwerfer ooooh ja dann ist es kein wunder dass du den habe ich den intruder raketenwerfer habe ich auch gebufft und du hast den das kann ja wohl nicht wahr sein au 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 lasst mich in ruhe ich bin auch gleich tot obwohl ich auch nicht oh gott jonas sind ja fünf stück oder so ja deswegen hast du auch gesehen warum ich da nicht weg gaben ja ich hoffe dass ich was gebracht habe ja ich war dann respawn dann hatte ich zum glück erstmal war ich dann dass ich durchfahren konnte oh wei das wird ja was her aber wenn wir erstmal waffen bekommen dann wird es besser wer rammt nicht da denn ja der d der bull hat sich hier am zaun fest bloot gut 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 erinnern sich zu spielen die map es geht ja lass mich eine ruhe hier müssen wir wahrscheinlich wirklich taktisch vorgehen nachher wir dürfen die kinder allein einzelgänge machen glaube ich ich vermute so akte sterben ja ja ich will da hin und so mit lässt mich nicht und jetzt hat irgendein anderer mit wieder weggenommen ich weiß nicht genau die habe ich gesucht aber ist direkt vor meiner nase gespawnt ich wollte ich eigentlich haben aber ja aber blöd dass ich das eine sporn gleichzeitig kloppen sich ja dann alle drum und sollte mal reparieren ich bin froh wenn ich diese 3er minigun krieg der rest ist mehr die wellen gibt es denn steht unten links ach so ok ich brauche eine andere waffe hier als die scheiß shotgun das gibt es doch gar nicht was sein kann ich mir das shotgun noch führen weil wir alle so schlecht sind leider froh der mensch lässt mich doch mal der scheiß tanke da stehen mensch wir müssen hier sehr taktisch ein weil alle eine runde tomate beschützt ja 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 komm her so mini gern ok das war ja mensch ich kann gar nicht mehr die taste drücken weil die scheiß oder es hat ganz großartig er passt hier echt rein nativ für rasche wirklich bin beeindruckt dass er das tut ich habe jetzt auch mal eine andere waffe hier jetzt aber gar nicht so viel bringt hier weil wir gerade keine viecher sind das nervt ja ja deswegen mag ich die map auch nicht egal in welchem modus ich mag die map nicht so gerne bin ich bin kein fan man sieht nicht wo die gegner sind ich war die ganze zeit nur hier rum ohne gegner sehr ist auch nicht mehr viel los hier gerade um den her mein spiel hängt meins auch also abgestützt meins auch wie das bei mir ist alles normal ja meins ist aus meins ebenso kann man mit der join geht sowas ja aber leider erst so scheiße dann musst du warten ja ok das heißt du warten bis auf die nächste welle oder warten bis das ganze ist vorbei das ist natürlich doof aber dass wir 32 bit wissen vielleicht gestorben das dürfte eigentlich nichts ausmachen das ist ja das haben wir dasselbe dasselbe in dem moment das ist ja auch interessant oder wir starten es neu musst du jetzt wissen dennis also meiner sicht die können weitermachen also ich bleibe beim nächsten renn wieder ein mir ist egal und ich meine andere waffe als dieses scheiß maschinengewehr verdammt ey ich war da gerade so gut dabei na ja zweiter platz wieder passiert irgendwas naja das ist ja echt ärgerlich jetzt ja natürlich passiert euch das video oder halt nicht ne das ist natürlich ne weil jetzt ein bias passiert ja komisch im selben moment ey man hat ein bull in dem visier ne dann kommt ein anderer und rammt ein da das wenn man einmal zwischen den scheiß viechern da ist dann kommt man da nicht mehr weg jedenfalls nicht mit der waffe die ich hier habe ja ich bin unentschlossen wie es meint ihr was wissen der allgemeine abstimmung sollen wir neu starten oder ja würde ich sagen wir sind erst bei der vierten dann machen wir es nochmal das ist jetzt echt bescheuert ja hoffentlich passiert es nicht nochmal scheiße ja sorry weiss auch nicht weiss auch nicht woran das jetzt gelingt ein gewährten beider problem sehr moment das ist das irre naja komisch ja wenns bei beiden nochmal passiert dann ja dann lassen wir es ja dann spart ihr drei dann und dann bis bald warten nehmen wir heute zeit wir beide wie es aussieht der lebt bei mir auch diesmal sehr schnell ja weil es im arbeitsspeicher hast du hast es ja gerade jetzt schon alles einmal geladen gehabt ja wohl trotzdem waiting for players aber schneller das ist ja komisch ja lag nicht an mir alleine auf jeden fall obwohl dein computer ist schuld du hast mein mit runtergerissen naja ja ich fuck machen wir gucken hoffentlich ah meiden ne ja 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 die erste welle geht immer so schnell vorbei ja 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 jo ja 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 das ist da du DJean drauf hier ist ja nichts mehr los die stellung wir können die tiefgase aufteilen das wäre echt wenn das noch mal passiert sollte muss ich mal voraus finden woran das liegen könnte irgendwelche datenbanken die datenbanken funktionieren mit dem automator habe ich hingegen das dach gestohlen lagen das gibt es aber konnte man mal gucken später aber ob das da drin steht ist ja ich habe mich da mit den um welche nirgends sind keine da ich hatte ein aussegern dort siehst du hast ja richtig reingehauen diesmal soviel dass ich ein muniz mehr habe aber ich verpasste laden gott ist vorbei so marketen wir verdienen mich mal schnell geschwind mit hat diese schlechteste holt sie natürlich gleich die gute waffe damit ich jetzt nicht mehr das zweitschlechteste nur weil es nötig hast ein auto war eine schöne ex die konnte man noch mal nach hinten schießen es geht bei der es gibt ja nicht ja wie auch gar nehmen müssen die kann auch eine rakete links haben die andere rakete rechts und ich habe gesagt jemand anders nehmen sollen ich mache da kommt ganz viel hier sind viele büffel hier der bach ist zu spüren von den ich komme die raus ich habe drei stiere hinter mir gefällt mir gar nicht ich hatte drei vor mir das sind mittlerweile vier mit leben rosten leben davon gekommen ich krieg ja auch punkte dafür so ist ja nicht ja aber trotzdem gesagt wenn wir das überleben wollen werden wir hier stehen danach können wir gerne kämpfen boah ich hab den kleinen getroffen rakete das ist voll lucky da war ein piet boah pieter reiten hier förmlich über uns rüber ey alter was war denn hier los ey ohne waffe ah ne das war eine rakete werfen was denn schon oder wie gibt es überhaupt mehr als eine andere waffe zum aufsammeln ne ich mag den einfach nicht ich warte auf die minigun ja mit dem buff ist er gar nicht schlecht er hat mich ein größer explosionsradius vierfach größer als normal also sollte ich ihn vielleicht nochmal antesten ich hatte den vorhin aber damit trifft man eigentlich nur die großen viecher deswegen fies gegen die wand dann kriegst du auch einiges der explosionsradius ist gut hier gibt es echt nur ein waffens nachher kommen mehr ab der vierten welle und dann die wunderschönen und so denn die viecher hier verdammt wir waren aber schneller mit den waves ne und bisher seid ihr noch alle da ist schon oh ich bin gerade beim spawnpunkt von zombie schreit noch nicht dennis das ist vorhin oder später passiert ja wir waren wir waren eine welle vier genau in welle vier was passiert ja jetzt müssen wir hoffen da ist so ein ganz dicker hier oh ja und klaus wie die waffe wir haben die habe ich nicht so sorry ist egal hinter mir piept schon wieder weit das ist die gute weniger leider ist es nicht die weniger was so schön piept wollt ihr hin ihr blöden stiere wir wollen manchmal kämpfen wir haben auf der höheren etage gesehen und sind da ganz zielstrebig darauf hingelogen und haben mich völlig ja wahrscheinlich den führenden wollen sie noch mehr füttern johann johann mein zombie also das hätte man wirklich sehen müssen der ist vom mädchen und ich mal reparieren ja ich will ja aber was hast du für probleme damit das ist die scheiße wenn ich einmal von dem sagen und wenn es so ist und du nicht weg kommst dann müssen wir dir helfen das ist nun mal so irgendwo licht an der knarre wer noch bedarf hat ach die kommen über da liegt ein raketwerfer also wer noch bedarf hat da liegt ein raketwerfer oh jetzt kommen die weißen ich glaube da war es bei euch abgekackt ne die weißen die hat gerade schon geheilt vorhin die hat vorhin auch schon die sehen ja aber ich glaube wenn die aktuell waren hat sie glaube ich probleme gehabt mal gucken ob die bei euch einen bug auslösen warum sollte es gerade die sein keine ahnung er rät halt immer du bist aber gut abgehoben jetzt ja verletet das war nicht geplant so komm platsch oh oh wow laut nachrack geht mir verhiesgott fast los ja jetzt bin ich wieder von wohin umzingelt und ich komme nicht mehr raus du musst mal langsam reparieren ja das sieht geil aus mit dir oh ja danke für dir zometisch steht da hoch gerade an der wand das so cool aus oh ich sehe das schon wenn ich wenig leben habe das ding ist halt nur wenn wenn ich dann wenn man sich nicht bewegen kann gell genau ich kann mich nicht bewegen das ist ja der entscheidende punkt und dicker zur tankstelle okay ist tot ich habe ihn mal abgeschossen den arsch wenn wir so viele punkte wie man die ganzen kleine hier ganze zeit also bis jetzt bleibt die stabil hier ich weiß nicht sei einfach ruhig hier war die action und ich habe da oben solche kleinen minis erledigt meine gute ging gar nicht tot mit dem zombie hier los oh da sind jetzt noch mehrere waffen auf der map fern welche welche brauchen ja 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 die kenne töten das habe ich gar nicht ja 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 du wirst ja alles meine schussbahn vorbeifliegt hm hm und wie ihr vielleicht auch gemerkt habt es gibt mehr munition mit meinem update hier ah ok wa geh doch mal weg wa den habe ich jetzt aber nicht so das Problem ja bei der katjusha war das ein problem achso aber katjusha haben wir jetzt ja nicht nicht auch noch in der späteren weile wieder immer wenn ich aber sehr gut aber das problem hier die brauchen auch was zum saufen sagt euch unterschätzt diesen raketenwerfer nicht die maps sieht lustig aus alles stehen sie oben auf der brüste plattform fünften selbst ist doch eigentlich der kleine granatwerfer da sein aber ich finde ihn einfach nicht ist der pulle weggeflogen von der rakete holy moly cannoli vielleicht habt ihr ein viech soweit aus dem abgeschossen dass euch das deswegen abgekackt ist hallo digga ich war hinten mittlerweile wir haben schon neun extra leben aber für mich ist halt das will nicht zu sterben das ist halt das mir ist gerade eine leiche entgegen geflogen wo ist der dicker hier ja das war ja bei dem bullen bei mir auch der ist obwohl der konnte der konnte mir jetzt gleich entgegen fliegen weil der so zerfetzt war dass er mir ist da auch bloß ein stück entgegen geflogen aber es sah halt lustig aus muni 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 da liegt noch eine waffe noch ein mw noch ein mg hier liegt noch ein maschinen gewehr halt habt ihr viele punkte fahren wenn du meine rakete nicht willst wie viele punkte mittlerweile was ich meine raketenwerfer hier habe ich schon seit drei oder so raketenwerfer der war vorhin hier auf der mittelrampe wenn du nach oben zur tanke fährst da ist wenn der wieder da ist jetzt ist er gerade wirklich nicht da also gebufft ist der echt geil kann ich echt nicht meckern ist natürlich nur im survivor gebufft schade hier fliegt ein lebender zombie an mir vorbei ganz schön nicht gut wie gut hier hat er läuft voll in die rakete rein da fertig war nicht gut ich doch mal fahren da waren wir leben die weg waren auch keine munition mehr und mir geht auch bald die muni aus gut dass du zuerst wer ist das wieder gewesen ihr vier hunde oder wer ich hatte gerade das tisch geschlossen wenn du das bemerkt hast also man hätte die viecher zu töten vor hat die mini guntypen kommen gerade sagen da habe ich auch schon einige von gesehen ja ich hatte ich hatte keine bekommen ja du hast dich wieder eins oben rumgetrieben aber ich hätte auch schon einige da erschießen können wenn er dich wieder diese scheiß wohinge kommen wäre der raketenwerfer ist wieder in der mitte ja jetzt hat sich den dämon geholt boah da ist so ein unsterblicher zombie ja habe ich auch ein paar schon gehabt ne unsterblich ist keiner wie damals bei Steve ich habe den granatwerfer gefunden der war im keller aber jetzt der kleine den brauche ich gar nicht so sehr aber jetzt müsste eigentlich der große kommen wo ist der große granatwerfer der wird der wir jetzt richtig epic wo ist der ja da oben in den kleinen granatwerfer da oben in die granatwerfern kannst aber über die brüste überschießen aber das kommt nicht an man kann ja an der brüste entlang fahren und die ganze granaten runter trocken so 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 quasi so alter anfangs geschenk wir mitten bin hier auch gerade ein bisschen missäftigt hier aber nicht gut nicht gut ich werde ein bisschen überschlagen unten wo alle waren wo alle waren da war ich gerade mit drin kann mehr raus einschießen kann nicht mehr raus 436 hat der schuss gebracht wie ihr vorletzter war auch nicht verstehen bei der action bleibt der stabil drin aber auch bei der vorigen zwei leuten was doch einfach nur was zur hölle was geht denn hier gerade wird immer überschlagen hier sind wir los man abwerfen wir auch die minigand typen haben der katiocha und mini das ist wenn man ganz halt auf mich alter die schlimmen scheiße die schlimmen sind eigentlich nur die bullen die schlimmsten mal diese bösen bullen böse polizei das war ich die star sorry das ist schlecht wir sollten uns langsam verziehen lassen der tankstelle ruhig jetzt endlich bei den scheiß raketen werfen hier los alter endlich habe ich mal diesen scheiß raketenwerfer das kannst du also gegen die minigun typen würde ich den raketenwerfer war auf jeden fall nehmen wir haben noch keinen weil die macht richtig ich habe auch keinen erwischt diesmal beim letzten mal die einen diesmal wie keinen das bockt die arschliche also war für unten irgendwo hätte der bessere granatwärfe eigentlich sein müssen schon aber ich habe den nicht gefunden also über mir eine gespawnt eine waffe ich krieg keine ich krieg keine waffen ab unten im keller sind welche gerade gewesen ja gewesen ab gesagt ich krieg ich krieg keine ich krieg nix ich krieg nix hier ab wie muss man mit mg rumballern wie das hast du überlebt du dreckst fieses stirbt halt boom oh was war das hör auf mit katyota schädst du dich jetzt du blödes drecksvieh soo ach stell dir mal vor ich hätte das mit dem tankupdate nicht gemacht wenn man hätte es eh mal wegen der tankstelle gemusst ey der ist doch scheiße gewesen ja allerdings ich habe diese mechanik nicht gemocht darum habe ich das geändert ey wir müssen gar nicht zur tankstelle oder was wegen den ziehen nein ich bin tot naja ich kam nie weg reparieren oder wenn du nitro benutzt dann verbrauchst du auch besser ich kam nicht weg achso alter mit dem raketenwerfer die fettis ist ja auch richtig geil ja ein schuss ein fettis ich kam nie weg ey ja der ist richtig gut aber wenn man den raketenwerfer hat dann sind die fettis leichter zu töten als die bullen boah jonas alter schwede er hat sich aber richtig abgesetzt auf einmal sind schon die ganze zeit so weit vorne nee die ganze zeit nicht in dieser welt von mir in diesem spiel der hat sich schon in der ganze weite so ups leid dass ich mal der katyota finde aber wahrscheinlich gehst du noch so ab weg da geht schon ein bisschen mehr ab als ein boah bock so einmal aufladen bitte ich hab dir eigentlich so viele punkte ich hab dir eigentlich so viele punkte hier wissen wir die richtigen leuten die richtigen viecher also eigentlich ja du musst du musst schon die etwas stärkere umbringen die bringen eine ganze menge mehr punkte die problematik ist halt immer wenn ich also in 90 prozent der fälle wenn ich was starkes umbringen könnte hier kommt irgend so ein scheiß wohl und vorher hier fang die schießt doch euer rat wenn ich doch muss was besser wäre alles auch versammeln was ist mir los hier es dreht auf muss dahin du musst mal dringend langsam zur reparatur ja jetzt schon habe ich eine geile wasser gefunden und äh wo ist die katiosha die muss da sein wo ist die glaubst du bei der Welle 7 schon ja die sind die Welle 7 ich hab ja immer noch dieser blöde kack hier wo sind sie denn doch gar nicht wo ist die katiosha ja nimm mir den gegner weg ist auch gut du hast dich da so lang mit dem rumgestritten sorry in der katiosha nee aber der bessere granatwerfer der ist mir auch recht der tut es auch erstmal definitiv aber der katiosha wäre natürlich echt das i zöpfelchen ja wo sind sie denn mit granaten kann man auch arbeiten und die ganzen viecher schon wieder ach ich habe hier eine katiosha wann habe ich die auf gesammelt was du hast ne katiosha leck mich am arsch ich will haben ich habe das gar nicht gemerkt was war die katiosha die mit dem schnellfeuer oder welche wartet ja ja die dann habe ich auch eine wieso habt ihr die wo ist jetzt wohl ich das ding denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich habe plötzlich hatte ich sie gehabt also hol ich den gott verdammt nochmal also wenn du was vergleichbares haben willst es wäre wahrscheinlich am ehesten der devastator aus 3d oder so ja ja du mal da jetzt nicht mal nachladen muss ach mensch du ist denn ich finde ich noch wo habt ihr die denn gefunden keine ahnung ich habe die auf einmal gehabt ja ich leider nicht wo bist du denn du an der tanker um das problem zu lösen und gefällt euch die gebuffte katiosha kannst du noch mehr muni einstellen demnächst ich glaube mir gefällt irgendwie der punktestand nicht ihr habt beide über 10.000 wir kamen hier noch bei unter 5 rum ich glaube irgendwie das ist geil wenn man die explosion von unten sieht von wenn über einem weg alles explodiert weil hier unten hier unten die viecher killt läuft geht das ab hier da jetzt stabil drauf bleibt was also sinnvoll neu zu starten eben ist wie einer ohne arm und weide so direkt über die motorhaube geflogen direkt über die motorhaube geflogen aber halt im äh in der bumper cam die scheinen in dem modus hier gar nicht so verkehrt zu sein wo ist bloß die gattvernehmte katiosha ich muss das so verrückt werden auch eine gebuffte katiosha spielen und jetzt finde ich sie nicht ich dachte ich wüsste auch gern wo sie war ich weiß es nicht mehr leider ist sie denn bloß ich finde es halt einfach echt nicht ok ist denn die bloß was wurde zum gestürt wirklich nicht oh gott oh direkt daneben na komm her oh oh fuck oh 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 was kriegt ihr eigentlich für einen zombie bonus wenn ihr so einen mini gunner tötet ich glaube 75 oder ja ich glaube irgendwie sowas ja wenn du ein combo machst dann 225 oder 2 auf einmal was war da für eine waffe was war da für eine waffe die hier ja 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 endlich das ist sie im keller im keller sind die guten sachen das ist die katyusha oder ja endlich ich habe schon gedacht sie kriegt sie gar nicht mehr war schon ganz verzweifelt wie man gehört hat auch auch das ist der es war mit das ist in der der die und die 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 und die kann das nicht nur wochen das ob gegen die zombies muss ich mal gerade auspacken jetzt lass mich doch endlich zu der scheiß tankstelle mensch etwas sinnvoller bei zombies aber da kommt fertig ob das wird nicht der einzige fertig sein oder kommen noch mehr jonas verdammt bringt mir die jacke ich bin da gar nicht ich bin bei pete ach so du bist hinter mir ja ist ja richtig party ja jetzt geht es richtig auf hier wie man jetzt mit der katja spammen kann jetzt wo die nicht mehr nachladen muss jetzt wollen sie es wissen ich brauche munition hier schon mal über 10.000 und wir hier nicht mal bei 5.000 jetzt sind hier wirklich sicher habe ich keine munition das ist zum verzweifeln ich würde jetzt echt meine andere waffe brauchen da im keller haben sie eine katja versteckt also da würde ich gerne hinfahren wenn die mich überlassen würden hier gut an der katja ist auch dass sie halt nach hinten schießen kann das ist halt echt ein vorteil ja das können ja die meisten naja nicht so wirklich der munitionsverbrauch alter das ist halt das problem wenn du spammst du hast munitionsverbrauch der ist nicht mehr feierlich ja ich würde die munition haben das war schlecht wir müssen aufpassen heute mal langsam ja ich bin ja auch im weg ja immer wenn ich die waffe aufnehmen ich habe kein benzin mehr das ist noch viel schlimmer da ist ein raketenwerfer in der mitte datometer nimm ihn dir ja ich will ja wir kommen oh immerhin sind dann punkte erreicht für sorte aber 10.000 club jetzt viele punkte raketen ja ab den großteil waren meine punkte die raketen tatsächlich und brauche ich jetzt das noch ein zombie boah ja wer überlebt denn hier dieser zombie jetzt habe ich glaube ich auch einen unsterblichen ja habe ich auch immer wieder sind es drei glaube ich mittlerweile kann das sein habe ich auch das erste mal dass ich den sehe habe ich auch immer wieder einen gehabt in den ganzen magazinrängen geballert in den ich habe mich gerade gewundert der flog so schön durch die gegend aber passiert nichts ok ja ich will auf da geht es wieder los da kommt was ticket und die großen die großen so will ich und wo ist uns und das gehört ja lol durchgefahren bitte hin uff scheiß Bulle geh weg ja ich muss in der brüstung Wien hinlegen können das wäre praktisch schön so 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 wo wo ja so warte warte ja nur ein total penetrierung alter 3000 mehr punkte dass wir sagen hier abzehnt ihr macht mehr als nicht alle seine waffen wenn man stirbt ja ja das bricht zum reich warum nicht so nein weiß ich weiß jetzt schießt mich einer durch die gegend was feiner wert werde ich hier noch viel hatte was zu fack hatte vorhin ausschauen ja ja raus gleich licht und will ich erst mich hier doch mal durch ihre munition und die munition her bringen die wohin eigentlich nur 72 munition wieder wieder am lande ich muss man nächstes mal mit einer kleineren tic probieren vielleicht geht deswegen die synchronisation auseinander wenn man die idee immer noch was lebt ja noch mir naheladen naja dritter geworden immerhin was alle einmal gestorben war die meisten kills immerhin dritter geworden aber wenn ich den bekommen was soll ich denn da machen die ganzen wichtigen dinge und du ja ich habe zwar ein bisschen granaten und raketen zerstört ich bin auch mal jetzt schon geworden paula perkan den faulen perkan er ist der fünfte in der mitte im ersten faulen perkan welche waff ist das die 16 er ist auf jeden fall scheiße der selle der fünfte da glaube ich von links die 66 mit einer bestimmten dichter part party pooper war das glaube ich war die puber die letzte ist das so dann wie viele buch an die runden gibt es ja logischerweise nicht noch gott ok was heißt knockout der letzte ist raus knockout muss noch kennen von rennspielen ja ja aber jetzt so raus mit die drohne denkt dran ihr könnt die tropfen da habe ich eben schon nicht benutzt knockout mein schlechtestes pflaster in gas gas das komischerweise also das normale rennen ist das also mit knockout und schließen ja klar die waffen aber gut aufgeholt auf den jonath mit den ja hab mir einen guten gut ausgeprägt für platz 3 mein obwohl das sind ja noch die punkte vom ersten beiden rennen mit drin naja naja gut ach so stimmt jetzt sind aber die punkte weg oder oder hat er die übernommen nur mal interessenhalber gefragt ach so für ja 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 vom ersten woher dann noch notieren dass ich die noch zuerst die frage nicht weil wir ja draußen waren sind seitlich werden wir vermutlich weg sein ja ja die sind weg naja ich bin auf dem falschen button so da muss ich doch an die manchmal gut raus ganz lager so ja was ja mehr probleme ob der strecke aber gar nicht aber party pupa war es der dicke granatwerfer ich muss mal gucken welcher das überhaupt war aber jetzt ist auf jeden fall wärmer geworden das schmuck gott das in der ladezeit holy shit irgendeiner liegt hier richtig lange ach der kleine granatwerfer ist das oh ja der faule perker und der sehr faul nach vorne fährt immer muss ein gummi hier ja und min gibt es hier noch schiebt mich doch nicht wer schiebt mich denn hier muss noch ein bisschen gas geben jetzt mit zu langsam überhol ich dich mal sicher zahlber man weiß ja nie wofür das gut ist ne ist das minder liegen wollte ich haben pete aha der schießt sind auf mich ein dämon macht ein schild aus oh das war knapp wie viel hast du denn ach so die habe ich auch jetzt sag ich hältst du aus ich habe 77 prozent jetzt das nehme ich mit wo bin ich jetzt wieder rein gefahren das habe ich gar nicht gesehen das ist das scheiß ding was wird denn hier werden heißer ich werde weg scheiße ich habe extra gefragt was ich deswegen bin ich auch hinterher gefahren weil ich gedacht habe okay erschießt ihr euch und dann gebe ich ganz gute taktik eigentlich das ist ja heute mein längstes knockout hier naja hast du der zweite fahrer dabei heute jetzt bin ich aber leider raus da komme ich auch nicht hinterher ich wusste nicht dass man raus fliegt soweit man ja knockout halt man wisst ja nicht wie viel knockout funktioniert ja ich dachte das ist aber in gestern etwas anders dass man dann du meinst was wäre ich last man standing oder was das ganze knockout last man standing kann oder wie wir auch immer nennen aber ich dachte bei gestern das bist du nur raus wenn du erschossen wirst das ist ja beim battle so ja ich hab das mit den namen noch nicht so ganz raus was jetzt genau was ist aber dafür schafft der piet wenigstens der piet wird gewinnen ja 8 sekunden ok aber das ist genau also nicht nur aber das ist der hauptgrund warum ich nfs4 drin haben will einfach klassisch für rennen oder was was ist einfach klassisch für rennen oder was meinst du das ist gar nicht das thema dass das gemischt ist das finde ich an sich geil aber nfs4 ist das wo ich am ehesten mitteilten kann ja du bist bei nice 2 auch ganz gut geworden habe ich gehört ja und ist doch egal würde ich weiter tastatur fahren würde ich da auch immer letzter werden vielleicht musst du auch mit lenkrad fahren ja ne ich glaub das ist nicht der grund ach ich dachte was ist nun los aber es war ja weil du ja ja ich hab die dritten meisten punkte das ist mein bestes knockout ergebnis in gasgaslas wow ok weiter geht's mit dem lex loka mit nix klasse lektis rostock glaube ich ne lex locker wirst du dann rechts daneben naja ist der ja ja also von der kakara zur nächsten kakara also das ist klasse das ist mal das rennen mit nitro ja 6 6 ok ja ja deswegen konnte ich da bisher noch nicht mitfahren ey wenn die tage mal so lange dauern hier die endtage gut dann können wir glaube ich erst bei der und nice 4 ist das einzige wo ich zumindest irgendwie schon mal wegen skill irgendwie vorne war bei nice das war ja eigentlich nur glück aber bist du in nice nicht genauso gut wie in nitro speed 4 ja mit dem lenkrad hat er gesagt mit lenkrad hat er auch gesagt also mit lenkrad bin ich besser aber nfs4 ähm ok in nfs4 habe ich ja schon das ein oder andere mal gewonnen gut nur auf den strecken die äh 3 sie ist nicht so rufen sind so ein faktor aber immerhin oh gott diese körper er habe ich ja weg ey ich wollte doch nun die abkürzung ist ich habe so fast verpasst aber der braune hat mich eingeschoben ach ich wurde auch ich wurde auch zu meinem glück gezwungen irgendwie als tierbonus achso das ist ein huhn übergefahren ja sowas aber auch das war zu eng achso auf jeden fall wer war denn der braune 8 hübser heim ja das ist doch die allererste strecke die ist ja easy ja für mich nicht auch wieder hühne die hier rumlaufen die ist easy und totaler fun bin ganz weit weg jetzt hier ey weißt du nicht zur seite schieben genau genau macht die kollision nach vorne gibt gewissen chancen das dürfte mein rennen sein oh man äh verdammt kenn die strecke nicht ich kenne sie halt aus dem ff das ist halt das der vorteil tromete ich sie tromete da vorne das ist gut die strecke ist richtig cool automater was machst du denn ey das weiß ich nicht er hat mich einfach so ja wir reingefahren müsste du bist in mich reingefahren ja ja sagen wir alle gegenseitig in euch beide reingefahren ja nehmt euch kaktus kaktien und alles mit das gibt immer nitro wie bei flat out das bieber arbeit ja ja nicht ja aber wie gesagt ne wenn du objekte zerstörst kriegst du halt nitro ah ich seh die es da zumindest wieder das ist was so scheiße ist der wagen ja gar nicht der geht ja glatt noch nein ach fick dich ach ach fick dich stelle da auch ab ey ach das hat meine ganze pace zerstört hier wie gast du scheiß ding wenn der einmal steht ne dann steht er aber auch ja habe ich den überrundeten turmete wieder vor mir ach ich werde immer was nicht überrundet ach man alter alter nur wegen diesen blöden ein scheiß abrutscher ssp sogar vor mir das gibt es ja nicht ey immerhin nicht überrundet werden immerhin nicht überrundet werden das ist nochmal ein cooles Ziel ja das kann ja nicht wahr sein dass er jetzt auch noch gewinnt hier da gibt es doch nicht ne da er kann ich wegen ein scheiß fehler oder was das kann doch nicht sein ey du hast ja gesagt die ist easy ne hast du doch 7 ja eigentlich war ich ja 11 Sekunden hinter dir ne das ist schon krass das ist ja dumm eine fehler hat alles zerstört alter der ganz der wagen nicht mehr wegkommt ist er eben in den fels gefahren oder ne von der rampe abgerutscht da ach das ist doch so frustrierend ey das können wir jetzt echt nicht wahr sein oh das ist ja nicht geplant ach das gibt es doch echt nicht er hat ja zu mir die dadurch die jetzt echt wie unlucky ist denn diese scheiße aah dieser eine scheiß fehler alter ja gut die eigentliche frage ist ja wärst du so scheiße oder hast du nur die falsche wir können ja mal gemein sein und sagen du kannst die reifen hier nicht wechseln also ach völlig stupid man ach nur vierter wie immer war nicht letzter ne um letzter zu werden dafür bin ich dein gell ja selbst auch mit lenkrad fahren ich glaube nicht dass das viel ändern würde weiß ich nicht kann nur sein ich kann es probieren aber normal ist eigentlich also außer in shift und und was haben wir jetzt in hola per k der ist direkt daneben der auch direkt daneben und wieder was ist denn dominator äh da wenn man die flacke äh muss ich euch glaube ich nachträglich gut schreiben für weil ja genau ach man mich brauchst keine punkte aufschreiben so äh was waren jetzt hier wortsache muss ich hier noch irgendwas machen ne ne keine waffen ne nix ich brauch keine ne ganz normal ne muss nix machen ok gut ne ach scheiße das auto ach fuck tu mal wieder willst du wieder betrügen hier weißt du falsche auto ahhhh ja bist du ja disqualifiziert darfst du mitfahren Dennis wenn du schon betrügen willst dann sag es uns doch nicht ja wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht ey du weißt so wie mit dem mclaren oder mhm aber ich glaube ich hab das schlechte raus oder wie mein lord weil das falsche auto geladen hat den nfs4 3 2 1 go let's go aufgeben trotzdem schon mal ein bisschen hier gehe gleich vorbei so welche karre fahren wir wieder den fauler perkan links daneben von den jetzigen oh gott also vom regen in die traufe ist das ok von einem ins auto zum anderen ja peter pete geht erstmal rk wenn das spiel beginnt achso pete ich hab tolle ja ich mach die grenze nicht aber ich mein doch jetzt genau na pete und tomit so war das doch ja ja und rabearsch ja ja dann noch mal gucken wir uns hinkriegen her was wir kriegen hier vor ja ja da will ich jetzt ordentlich verlieren irgendwie über bei pvp wer ärgert sich jetzt über seinen spot und wer freut sich über den neuen also ich finde meinen neuen nicht schlecht ach ja und der die flag hat macht auch mehr damit halt gemerkt ja ich habe mehr damit bekommen gefühlt was ist denn so ein tod okay dass das sind am netter punkte muss auch scoreboard gucken ach man ich habe nicht mal was passiert ist aber nach sich mit mir das ist auch irgendwie komisch dass wir nur jetzt flaggen besitzer kids passieren können da du kriegst trotzdem punkte so jemand nicht für jemand mit dort bedeutend weniger was auf scoreboard natürlich habe ich keine waffe hier doch die sport ist willst du mit einer waffe wegkomme ich weiß ich wurde auch getötet von dir hat sie das war so schlecht von mir meine fresse effekt geht weg ich mag euch nicht das scheiß nicht bremst das bremst halt einfach nicht die flacke ja immer ein kill ist ein geil man immer werde ich von hinten abgeschossen also hat man vielleicht die kamera mal ändern eine gute idee meine waffe wieder erfunden auch jetzt gerade dominator wurden getötet hören aber hier für die waffen erst mein doppel der mission hat ja kaum ist man dominator wird man hier gejagt ich war zufällig gerade datumete dies doch du scheiß ding ja da bin ich nicht mehr realisieren habe die nicht mehr nicht mehr wissen können ab den winkel nicht kriegst du mieter wo ist der fackenträger das heißt ich habe wirklich kurz davor wenn hier bitte da ist da kommst du mir kommt immer kurz davor ja gibt mir genauso wie das gleiche wie bei diepsteil es geht keine waffe war keine wachensportpunkte da habe ich dir einfach liegen das wahrscheinlich letzteres nach ach man ich krieg noch ein einzigen tod da hatte ich die ganze zeit schon die war die flagge hier machst du machst du fliegst du mir oder was es ist aus die welt geguckt ich bin durch bis durch den boden geflohen es gibt es gibt den modus ja nachher noch mal ohne flagge also ein reguläres das match da kannst dann auftrumpfen alter diese shotgun ist einfach so nützlos nicht nützlos muss nur dichter dran sein die shotgun haut gut rein unterschätzt die shotgun nicht ja gut du hast jetzt auch eine weite map ne auf entzernung ist die halt echt nützlos naja hab immer ein paar erwischt das war die shotgun also jonas kann ein lied von singen dass sie gut ist ich habe nichts gegen die shotgun naja wir sind dumm spieler was sollen wir auch gegen das shotgun haben war da ein doppel damit ja da liegt ein doppel damit das nämlich doch damit ich habe glaube ich habe glaube ich sogar eben einer wissen mit rückwärtsfeuern oder heute ist doch glaube ich keiner dabei der tun nicht mag keine ahnung unsichtbar passt power ab ein gesamter führer da ist meine flacke alleine ohne alter war sehr spannend aus dadurch ich wollte dich kaputt haben was sind da in den container von der waffe versteckt doch was war das denn das was versteckt wo kamst du blöde her und dass das blöde her da sind nuklearwaffe drin was nuklearwaffe hier im container war die versteckt ganz versteckt im container und ich habe sie an jonath mal ausgetestet ob die auch noch guten schuss ist quasi wer war denn da alles jetzt will jeder die nuklearwaffe haben wie es aussieht ich bin da nur hingefahren weil da der flangendreher ich bin nur wegen der flang hingefahren also jeder will die nein lasst nuklearwaffe in ruhe ach alter was was what the fuck hier ist ein brennpunkt jetzt seitdem ich das den gefunden habe oh man das gibt es doch nicht das ist echt ein brennpunkt jetzt ach ich konnte mit der konnte nie rückgast schießen scheiße naja scheiße dann wäre es aber auch wirklich extremst du pe ne nein ich hatte einen anderen für die konnte nie rückgast schießen da ist sie 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 größe er bringt dir gar nichts oh jonas was ist mit dir los sechs punkte ey älter ja ich doch ooooh maaaann das war aber richtig in der zielbahn bei mir dieser one ist hin oh das da ist ein peter boah komm schon boah alter killing spree habe ich hab ich dich nicht erwischt ne aber dafür ein anderer boah deepstar hat mein killing spree beendet äh in zwei sich dreiten freut sich der dritte in dem falle deepstar boah habe ich hätte nicht gesagt mit der katja kriege ich dich jetzt immerhin fünf geht's naja auch nicht ah fuck die nuklearwaffe war irgendwie nicht da da scheinen leute interesse daran zu haben man merkt das aber noch einer hätte ich hab ich da gar nicht gesehen das gibt es noch nicht das war ein smash an ihm der meisten lockt ab wenn man da sind eingertürt weil sich kollision explodiert ja es gibt die ganze zeit aber was ist denn das hier warum nicht in der höhe noch das damit der beschreibung her und gut ist ey so oh boah 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 ich kam nicht mehr weg ich kam nicht mehr weg unmöglich ich kam nicht mehr weg das war unmöglich tiefster ich hab das mit 1% überlebt boah wo kam das wo kam das plötzlich her ey ne das nicht mehr das war zu viel ich bin grad ne sport wie hier tot da habe ich grad eine die flagge nehmen ist auch tot war auch sehr gut aus wo ist das für ein ding ach der granatwerfer ja ich hatte ein schädiger die flagge da ist das so ist das so ist das so ist das ne ne pfff das 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 meine leiche in ruhe ich bin schon tot da ist das jemand hinter mir zometern zometern habe ich dich noch gekriegt ja habe ich ach mann nix draus gemacht habe ich nur an nur nur ein fiss bekommen ärgerlich dieser wendekreis von dem ding ja ist einfach grausam grausam ist das zometern nuklearwaffe haben oh nein und dann hat er noch gekriegt zweiter platz ja oha das liegt ja für mich zweiter platz geil sechs skills war cool aber die punkte vom erst also das wird noch nicht reichen weil die ersten beiden ja noch fehlen das was haben wir jetzt den 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 bummer das war ein powerbrennen ne der bummer wo finde ich den denn ein bisschen nach rechts musst du scrollen äh wen haben wir jetzt den bummer mhm was ist denn ach der 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 m3 geht hier in wirklichkeit so ah allein der name ist schon egal und dann war ein powerbrennen richtig wo finde ich den denn ja ja aber 333 m ok das ist das powerbrennen oh pink super perfekt das mit dem den 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 mal mal der der ist nie du den 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 runde fährt einer rein dann das ist natürlich was anderes ach das komische unsichtbar ich habe mit dem drift glaube ich gerade einen huhn umgefahren ich habe mich mit den noch mehr alter will doch nur die kurve nehmen ich habe eine abkürzung genommen ob die eisenbahnschiene ich weiß ich weiß nicht hier ich werde von piet geschützt dann von sie wollen dann knall ich in die rein und alles mögliche passiert ich habe ja gar keinen überblick mehr wir werden hier mit pinker scheiße rum also sehe ich doch nichts was soll denn der unsinn dass das mal bleiben da hat man gehört das war ja ich weiß nicht mehr oh gott was soll das denn jetzt mit ganzen barken mitnehmen und die truppe auch gott hier habe ich diese hallo gefahren wie ein volk ich sehe nix er gibt mal gummi hat funktioniert die scheiß bahn nein ich soll ich den außenwischen nicht der abkürzung bin ich dann bescheuert willst du eine antwort auf die frage ja dem haupt mich wieder eine wand ist immer so mit dem erkennt der nix der typ er kriegt die kurve nicht man aber deine reifen gewählt waren was waren sie tatsächlich auch das erklärt natürlich dann einiges wenn das so war oder wie glück gehabt ich da vorbeigefahren bin ja so liegen überall min das war meine die ich dahin geklatscht habe glaube ich machst du denn soweit ja als sicherheitsabstand die hast nicht eingehalten ich habe ja nicht mit ihm um ich habe sie bloß gesehen ich kriegte anscheinend aber auch nicht ich muss eine äußerst ölkige bremse haben dass man die nicht kriegt oh danke die das mann öl mitnimmst mitgekriegt da waren wir auch gerade ins drecke ne kann sein das war mein öl das hat die nachricht geschrieben ja habe ich gesehen aber gerade über die abkürzung rüber weil meine eisenbahn schien das war immer geil aus er hat mich das spiel nicht rüber gelassen es sah richtig cool aus bei mir liegt da plötzlich ein auto rüber der kommt auch ohne öl nicht um die kurve die kurve fühlt sich an wie als wäre da öl gewesen aber war nichts irgendwie ist das schon interessant dass die das hier so gut auf die reihe kriegt und nfs 4 nicht obwohl das viel später ist aber da erst mal ein bisschen ja das war ja als wir eigene landmine gefahren hat er gekündigt ah was ist denn jetzt los wie bist du da so gut durchgekommen what the fuck ich nehme gleich zwei minen mit hintereinander von der ersten in die zweite rein ich bin gerade auf die gleise geflogen acht das ist eine abkürzung da ich bin wirklich von länder ja ich war noch ich schaffte wo sich darüber gefreut hat das ist sehr lustig aus euch ich bin ja hier liegen ja minen rum ja das stimmt ich fand ich alles in die abkürzungen wo man ist guckt doch mal auf die karte nebenbei ja sind die doch eingezeichnet also mir hat meine erfahrung dabei gebracht aber draußen zu gucken also auf der karte siehst du auch die straße also das wieder liegt jetzt mal ja johann fährt nur indem er die ganze zeit aufs navi guckt ja ja was denkst du oh danke tomate dass du meine mine mitnimmst da kommt ihr nicht mehr drauf heute wieso mein was denn dieser rauch im tunnel die eisenbahn benutzt da mache ich das halt also was warst du eine blende granate das geht also dass eine komplette war wo kommst du denn her na von der strecke halt ja ich bin ja gar nichts auf den eisenbahn ziehen her ich drehe die ganze zeit du kamst irgendwie aus dem bischen naja ich war nicht schienen lang gefahren ah jonas hat es gefunden naja ist ja nicht schwer ne mit map ist es nicht schwer das stimmt lang was sagt ihr auf einmal eingesammelt sieht die abkürzung so aus wenn man vorbeifährt jetzt würde die richtig viel bringen aber das ist ja eigentlich gar nicht so man strecken die bahn schien bringt schon was ja mal zu einem platz der singen verloren also wieder muss sowas in den dritten platz tut mir leid ja kein platz hier oh ich meine ich denke ich weiß aber was du deine mine jetzt fahr da rein du kack genau gesehen dass du die dahin geschissen hast die war irgendwie auf einmal in meinem inventar also weiß auch nicht das ist so unnötiger belastweiße das ist lag da gerade eine mine auf den schienen dennis ja hat nur neben hier was leuchten sehen ja zug Nicole du hast dir gedacht wenn man vielleicht von einer innen von von der strecke auf die schienen kommt dass man von der schienen wieder auf die strecke überleitet wird ja ja also mir bringt diese abkürze gar nichts da immer nur gegen bäume fahre gott und noch von einer rein gedriftet artig dieser pinke rauch ist so schlimm wenn einfach das gas fehlt dann hier los dort ich hab fast die mine nicht gesehen die da lag du hast die wahl da lag nämlich entweder ein power up oder nitro ich habe das nitro gewählt ich glaube das war cleverer das power up liegt in der mitte und das nitro liegt immer rechts davon aber dennis ist davon auch dran vorbeigefahren und hat denn gesagt ich muss doch alles kaputt fahren um hier ist der tomatensalat der fährt erstmal vollgas dagegen so wie ich in der ersten runden immerhin ich letzter also fürs erste mal ist das ja nicht schlecht die sauer ne ach meinst du mach mal deine tür zu tometer alter 520 oh ihr habt mein zeug aber gut mitgenommen also bei mir sind die türen noch dran na die sind noch dran aber wir waren sie bei dir offen lord shaggy mit dem distraction daneben rechts ist das was der name schon sagt distraction derby wir müssen uns wieder gegenseitig ram und uns kaputt fahren ja genau das habe ich alles richtig gut wir haben bei dominator auch alle weg gerammt ich glaube ich probiere nächstes mal eine kleinere zickritte aus vielleicht haben wir dann weniger desink probleme wie am survivor das war ja komisch wo sind jetzt die feinde guck wo die feile sind ja ich muss ja die kamera ändern sonst sehe ich wieder nix ich bin hier geblieben ich wollte dich ram du bist voll hoch geflogen ich bin nicht angekommen es war so lustig aus ich habe aber da die wand nicht gesehen das war die feste recht ärgerlich wir fahren nur im kreis die hände sein also also haben wir einer wisst ihr auch nicht mag die map nicht ist mir zu weitläufig jonas hier geblieben ich habe die ganze zeit bearbeitet jetzt bin ich wieder bei null das ist doch auch mal was ja immerhin ich bin wieder bei null äh wie wir am anfang habe eben jonas gearbeitet wir fahren die ganze zeit hier nur im kreis kann es sein wir fahren mit dem track da irgendwie ja schon ne euh jetzt Morse jetzt kannst du das nicht ganz angst warum machst du das auf einmal auf langsam was das gewusst was ich vorhabe gibt es zu scheiße oh gott eine sackgasse verdammt passieren ja auch kills auf dem app oder ja so ja einmal habe ich ja natürlich kommst du das war so glück abgesehen wie du so rechts fährst und dann hat der winkel einfach gepasst kein boost mehr kann sein kann sein dass du den schaden irgendwie erhöht hast ja ich hatte die jahre in den himmel geflogen das will ich auch gehofft hat weh da konnte ich nichts machen auch was zu mit auch man das das gibt's doch nicht alter das kriegst du wieder zu mir da konnte nix machen ärgerlich ja ich habe ich ja schon zwei geht es ist ok oh mann ich wollte jetzt konnte ich so schön ja du bleib kommst mir jetzt nicht leben ach tippst du nicht mit dem jetzt weg oder was ja das werde ich bezahlen müssen ich weiß alles erfolgt denn jetzt das musste bestraft werden ok das ist wohl wirklich sein modus kann man sich reparieren kann man nicht okay weil wir alle hinter mir gerade sein das muss ich jetzt riskieren hinter mir kann ich nichts machen die muss da irgendwann rein reinfahren hofft nur dass die den vielleicht ein bisschen könnte ach shit ach man das war ja ich hab den kegel gekriegt ja das ist die nicht das ist die nicht ich bin hier reingefahren ich bin in jonas reingefahren ich hätte ihn haben können ach nee ach nee ach nee das war geil alter wie hoch ich geflogen bin alter schwebe das war der schneiderprozess hier oh mann das ist glaube ich nicht mein modus so kriegst du den die 100 kill jetzt auch noch jawoll du bist der sportstand was ah jetzt hat die inserregel gekriegt scheiße du hast das überlebt ja aber nicht was du hast mich nicht berührt und ich krieg schaden what the fuck ja doch so ein bisschen halt du fährst aber nicht vorbei ich kriegst 20% schaden ey das ist so gemein hahaha ihr macht euch gegenseitig platt ey was ist das denn also der bonus ist schon sehr geil das muss man schon sagen oh hätte ich kurz drauf gehalten hätte ich tiefster beim rüberfahren mitgenommen echt hätte ich das gewusst dass er da vorbeifährt ja ich hab nie mal einen gesehen hier ja alter ist ja gut leute ist ja gut oh mann ist ja gut ey oh lasst du mich mal hier fahren nein das geht nicht das geht einfach nicht ich hab beschlossen dass die 100 links fahren boah kommt ein dämon dann gefahren ey ach verdammter Mist wow voll in die linie gefahren wo ist denn pete jetzt denn noch da ah kacke ah jetzt hat deepster den wieder gekriegt das kann doch nicht die möglichkeit sein mitnehmen eine mitnehmen ach fach kinkert den wollte ich haben 0 was passiert das ist hier keine kd gibt wieso hast du das jetzt überlebt das kann doch nicht sein ja und die siebster fit erstmal gegen der damal kaputt machen weißt du war ein absicht das ist nicht gut treff halt einfach immer geben ja danke die star alter hat er schon der hat echt zu viel weg das gespielt das rennen da war ich gar nicht so häufig das packen der w ich habe wohl wenig leben obwohl er gut das war ein highlight von heute scheiße ich brauche keine unterstützung von dir johannes war doch mal auf mich oh gott wir alle johannes verfolgen alle wollen was von johannes aber echt alles ja aber ich habe wieder was verloren wegen dem bescheid was auch gott was habe ich nicht mehr ich kann jemand kill wie es aussieht ich komme die wetter ja danke schön ich kann ich kann mich weg ich kann mich weg kann keine chance ich habe ich mich da hatte hier schon wieder zu viel spaß die kriege ich doch die kriege ich ja ja die star kann so was merkt man alter ich habe die farbe weg festkommen das faktor ja so ehrlich da wird das rennen jetzt kommt ein deathmatch mit dem master die master gesehen eben in master master die ich bin noch gerade blind so vermuschel dritte von rechts wenn ihr ganz nach rechts das gold habt ja ich habe so waffe welche ich glaube katio seine steht nicht ach nie quatsch an die quatsch nebenbei das nie vergisst es okay dann kann ich glaube ich schon wechseln dann kann ja schon gefunden dann kann es ja losgehen jetzt das mischt also mit waffen halt was denn das für eine tolle map ist eine version der weihnachtsversion ja die hatten wir schon öfters es wird dieses call das faktor mit waffen der dominator nur ohne die flagge oder so oder so oder so oder so oder so rum kann man wie man will glaube ich jetzt einfach nur kills machen ja da kann ich ja nicht so gut mein ram macht natürlich auch schaden aber da muss sich halt den waffen stellen ach man dann macht mir jonas immer platte alter wie ich dachte wie ich echt noch 23 raketen von dir ausgehalten hat das hat mich auch ich komme nie weiter und in die gegner das wissen hier los das ist aber kein guter start hier nur weil ich eine rakete in die seite gedrückt habe was ich kriege auch immer so ein scheiß point wie man einen tollen sport wieder bei der minigun mann noch mal noch mal ein sporn wohl was fürs herz da ist auch scheiße ich habe keine muni mehr jetzt sehe ich alter peter schon mit drei kürze ich dachte mal langsam wissen dieses auto eigentlich jetzt mal maserati ist mir enttäuschend deswegen war meine granaten in den rücken rein ach man hat ja in der zeit von dieses geschützt wie sonst sowas und sekunden und minuten bis zum anzeigen abgeben kannst was aber ich habe ein kill auch ernsthaft das ist alter 6 das schon sechs külster fuck ja du fahr nur meinen scheißhaus um hier keine chance oh du fliegst aber ich sehe hier keine Schlitte in diesem modus dafür habe ich eh ein bisschen brillieren können naja jeder hat seinen moment what ich habe einfach blind gefeuert and surf oh man ja ich sehe nicht mal ein das wäre ich beschossen und ich war nicht mal solche richtung ja was ist denn hier los wo wartet der ja das geht mir auch sie ist halt so alter was war das denn jetzt ich war ja auch bei voll live und plötzlich ein schluss mit weg kostet sind bei mir ist aber geschützt ach jetzt ernsthaft ach ihr landet mir hier bei die blöden geschützdingen her alter du hast zwölf kills was ja sag ich doch der der übertreibt hier voll gerade was oha das merke ich jetzt erst gib ja noch jetzt nötig mehr ich bin um die luft geflogen und dachte ich bin mir explodiert ich war noch im leben tatsächlich alter wieder fliegt es ist ein paar andere machen wir haben hier was ist das nicht weiße nein ich kann die waffen wechseln da was ist denn ach jetzt bliege auch noch auf die nase ey ach meine güte ich hab nicht mehr ich seh nicht meine gegner ey wieso werden die karte nicht angezeigt da bin ich total orientierungslos auf der karte hier alter ich sehe keinen einzigen gegner hör mal auf meine raketen auszuweichen ich kriegst jetzt granaten feed scheiße nein munition aber das kann doch nicht wahr sein ich hätte einen kill gekriegt die scheiß munition alle ey das kann doch nicht wahr sein ich komm lieber zum schießen jetzt wieder hinter mir einer es kann doch nicht wahr sein ja ach Leute ey ist das ein Mist ich fängig wird von unmöglichen winkeln von hinten kann ich doch nicht sehen das war unfair ach was ist das denn wieder für ein Mist Zerstörung warum Zerstörung durch was denn auch dieser modus den hasse ich gleich kann ich so sagen ich merke man ach ach come on ey da ich seh hier keinen da ich seh hier keinen da hinten ist mal wieder einer bevor die bevor die reiche sind sind wir wieder weg wo sind denn die alle ach mensch den kill hätte ich so gern noch gehabt ich hab keine ahnung ich hab niemand auch noch was die waffe funktioniert ach was ist denn das für ne scheiße hier ich lade immer an dem spawn punkt naja jetzt krieg ich nix auf der reihe hier 3 kills das für ne scheiß ding alter boah der modus der modus ist ja grausam ach ach ich hab gar nicht was hab ich damit gibt's auch nicht endlich mal hab mal einer getötet wenn das nix ist es gibt ab hier ach man endlich endlich habe ich mal dieses scheiß steht grad für nichts gebrauchen konnte ja und jetzt hat jonath den steht ist auch gut und wir haben das ja immerhin fünf kills wieder auf peter aufgeschlossen aber es ist ja echt ein keller duell hier mit drei leuten ja ich hab dich noch so gut erwischt so nach aber kacke ach das gibt's doch nicht ey wir haben die scheiß munition alles äh alter wie hast du so viel alles mit dem intruder raketenwerfer oder wie ich sehe keinen alter ja so geht's mir die ganze zeit alter was machst du anders ey ja piet erstmals den versuchst du vermeiden ich will dich halt so aber das gibt's doch nicht ey das bestimmt drei minuten kein kill mehr ja der kriegt ja peter wieder eingeholt weiß ich nicht wie viele kill ja was heißt eingeholt ich hab eigentlich mehr als uhr ja aber das würde sich aber doch wenden das weiß ich ist denn das verdammt nochmal ach mensch wieso gestört der bietig das gibt's doch nicht ey peter ja das 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 hat jetzt sind wir alle mal acht das äh das ja so gibst du das ey weil die sind hier ach nee boah man so war knapp oder jo jetzt kommt der wieder weg oder was jetzt sterb doch mal das ist doch nicht die möglichkeit alter hätte doch zurück schießen müssen einfach hätte ich nicht gewiss verdammt co ja das das ist ist ja wir wir arles Idee wenn ich dich noch sehen würde dann könnte ich dich vielleicht noch umbringen aber mein piet macht den neuen kill so nicht die möglichkeit ich hatte ganz zeit granatwerfer sich funktioniert mit dem scheiß wegen 16 sekunden wo seid ihr irgendwas muss doch grundlegend anders machen das soll ich noch mal ach man den 1k den hätte ich noch achte so nicht heiße aber mal punkt als ihr ich hab immer die gleiche waffe verwendet ja immer raketenwerfer ist auch geil aber op mikro mikro gt mikro gt mit mit namen in der waffe neben dem rino mit einer katja im 13 letztes wenn man da rennen können ja ein battle rennen wie viele runden 88 und welches auto habe ich ja schon ok mikro gt mit schwarz ich hab ein einzig wahres pink meine farbe so ein bisschen pissgelb wahrscheinlich ein bisschen die for speed was wanted gespielt oder so ist es jetzt ein ganz normales rennen oder musste man sich töten ist ein rennen mit waffen aber wenn man tot ist hat man verloren ja ok das war jetzt mit nitrone ohne 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 ja siehst du ich habe kein nitro angebeindet ist ohne ich auch nicht ich auch nicht unbedingt darauf achten jetzt blende granate holy moly kann ich gar nicht sehen jetzt ich konnte ihn nach fahrern haben noch sehen das war ganz praktisch oh man jetzt habe ich aber schon keine emotionen hier wie auch nicht vorne ich bin der tod ja zum glück ist mir die muni ausgegangen das ist nicht so schlimm oh nein ich habe so einen relativ schwachen zustand die strecke kenne ich noch nicht so die sind wir schon mal gefahren was war das denn jetzt was holy shit daneben ist bloß das abgesetzte beibehalten ach hör auf hör auf hör auf hinter mir ist was anderes der schießt ja dann schießt rück der schießt hinten nicht 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 aber ist nicht 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 oh mein öl die letzte letzte das war es dann mit dem rennen jetzt dass wir dich ein bisschen anspruchslos als mit sie der vorletzte was ist dieses komische power up was die wellen hat oder was den wellensymbol aussieht auch wie ich zu weit weg kommen wir überhaupt noch was zu machen wenn man lustigen bunten rauch machen peter doppel der mitsch der böse junge jetzt habe ich wieder den schild für nichts und wieder nichts außer dass ich vielleicht durch eine bühne fahrt und dann will man die bühne trifft sie nicht weil aber auch nicht mehr mehr ran eine chance auch jetzt ewigkeiten weit weg ist doch da sehe ich irgendwie doch nicht aber eben was hier aus was sie kurz die trug gehabt über leid und verdrückt von der ersten runde aber auch ganz kurz nitro gedrückt ja ja habe ich auch ich habe das komplett vergessen ja aber letzten endes hier wird sowieso die siegentscheidend sein dann ne in dem fall nicht dann ist das jetzt halt so da auf mich ich habe kein nitro benutzt also an mir lachs nicht ich habe keinen nitro benutzt also an mir lachs nicht also in die kurve nicht heiße na ganz weit weg dann doppelt das schaden hilft mir auch nicht wo kam die denn her das war meine mine die lache richtig blöd haben ihnen immer so an sich meistens die lag auch blöd die doppelte feuerkraft ist mir genau gar nichts das ist ganz gut na ja so wirklich mit waffen wie soll aber auch aber auch nur so eine art gimmick ne weil jetzt die abstellen nämlich tötet man sich dann auch schön ja die abstellen aber finde ich recht groß jetzt wieder ja jetzt also anfangen interessant aber boah ich muss mit der slalomominen fahren hier doppelt das schaden hilft mir genau null wer weiß dann eigentlich wenn jemand dann in deine mine fährt ja die waren immer ein öl also immerhin ja das das lag komplett im weg das das war an sich das öl macht hier glaube ich auch gar keinen schaden an sich oder nein du kommst los nicht um die kurven und es gibt punkte für den gegner da hab ich denn diese kurve schon wieder gefahren ne ja ja hab doch eine mine mitgenommen toll ja ja ist doch ein ist doch ein fehler ja ja was vielleicht mienfeld hier die ist ein heftig jo meiner hat aber den auf ooo pete ist da ran gekommen alter wer ist die ganze scheiße mitnehmen wahrscheinlich aber ein öl richtet das schon da bin ich auch schon ein paar mal durch hat diese kette hier start ist ja kunst die bleibt hinter mir sonst schießt er mit seiner katja rum das ist der schießt schon damit rum nein nicht zurückschießen ja die katja kann das das ist optimal da habe ich jetzt eine mine mit ihm um die von liebster es hieß auf mich ja wer kann auf dich schießen die man wahrscheinlich gefahren okay ich schleich hier ein bisschen rum gerade wegen einem komischen öl wahrscheinlich ja ein oder verschleunigung hat die karne nicht wenn man wirklich immer steht denn ja ja okay wir sind wieder nah angekommen oh scheiße wird scharf geschossen und die ganze zeit zurück ja da wird sich was vorne so keine ahnung wie wir uns treffen aber hier mit der katja sind nur zombies und so gut was denn das hier habe ich denn so langsam gerade was denn das ist die katja ist gar nichts bringen hier nicht viel das kommt warum ich noch lebe ganz im ernst aber die ob getroffen zu meter hat sich zurück gestossen habe ja nicht so richtig ja ich habe nur ich schieße ich schieße nur blind nach hinten deswegen was getroffen habe das war die frage was getroffen habe dass da nicht viel bringt mit klar immerhin immerhin war es ja nicht ganz so sinnlos die katja war ein bisschen sehr schwach hier na dann muss ich mal die lebenspunkte von uns anfang ein paar probleme da war ich fast tot anfang ist so gut die waffe anfang war ich fast tot hängt vom spielmodus ab letztes weil wir dich durch die feuerrate hochgeschraubt habe kann ich natürlich jetzt mein vorletzter habe ich gerettet nicht im normalen rennen gleich halten damit schlossene werdet ihr overpowered aber ja das hat meisten punkte hat bei den punkt immer noch geholt also durch die bonus war nicht ach so war durch okay sind wir durch